Heyo, Adventurefreaks und Freunde meines Kanals, ich begrüße euch zu Part 29 von dem Let's Play Heaven's Hope. Ich habe hier offline ein bisschen rumprobiert, wollte hier hinten dann bei Greta gucken, wir hatten ja mit Pater Bartholomeus im letzten Part gesprochen. Äh, was mir dabei total dann aufgefallen ist, hier war früher eine Baustelle und jetzt können wir da rein. Hm, das, das sieht interessant aus. Sieht aus wie eine Art Mechanik, um die heilige Glocke zu läuten. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob das noch funktioniert. Sieht aus wie etwas, das Blumford gebaut hat und das ganz sicher so nicht funktioniert. Ja, was Blumford baut, das geht doch immer. Oh, ihr seht schon jede Menge. Hm, eine heilige Getreiben. Den Satz hatten wir schon. Wir können hier aber nichts anfassen. Außer diese, diese Eule hier ärgern. Die gucken wir uns erstmal an. Flattervieh. Ich glaube tatsächlich ist es das gleiche Flattervieh wie bei Bill auf dem Hof. Hm. Fliege Glocke. Wenn Greta wirklich besessen ist. Danke, Treib. Egal, was ich hier angucke, er sagt immer dasselbe. Also gehen wir erstmal hier lang, um zu gucken, was es dort draußen gibt. Eine wunderschöne Aussicht und ein Gargoyle. Noch so eine seltsame Kreatur aus Stein. Dieser steht allerdings ziemlich fest. Spitz wie ein Haken. Ein Haken. Können wir den abnehmen, das Horn? Wofür soll das sein? Dann komme ich nicht dran. Vielleicht die Maus dahin schicken. Das kann ich hier nicht antun. Okay, sonst war hier nichts in dem Bild. Ja und dann habe ich, weil ich offline ein bisschen probiert hatte, wie ein Irren. Und irgendwann bin ich dann mal zurück. In die Kirche. Weil wir müssen nochmal mit Pater Bartholomeus reden. Hallo Pater Bartholomeus. Hallo Thalorel. Ich habe einen Ritualplan. Sieh mal. Sehr gut. Der Ritualablaufplan ist komplett. Da hatten wir uns schon im letzten Part drüber gefreut. Hast du auch alle Komponenten für das Ritual zusammen? Ich habe alles, was wir für den Exorzismus an Greta brauchen. Und McCallum schafft Greta in den Kreis. Wenn ich sie aus ihrem Saal in die Kirche bekomme. Und ich weiß auch schon, wie ich Greta aus ihrem Saal bekomme. Ich muss dafür die Glocke im Turm läuten. Der Klang der heiligen Glocke sollte sie aus der Kirche treiben. Sehr gut, mein Sohn. Dann nichts wie mit dir in den Kirchturm und auf die Glocke läuten. Weil der fordert uns nämlich auf und geht dann zum Ritualkreis. Also wieder ab in den Kirchturm. So, und jetzt seht ihr, wir können nämlich die Dinge anfassen, teilweise. Lässt sich so einfach nicht bewegen. Scheint so, als müsste da was in die Schale fallen, um den Schuh zu bewegen. Wahrscheinlich diese Kugel. Okay, die Kugel muss also irgendwie in Bewegung. Okay, das funktioniert nicht. Dieser Affe hat scheinbar den Blasebalg betätigt. Sieht aber nicht mehr so fit aus. Die Kirchturmuhr von hinten. Sie steht still. Die Dinge können wir alle nur angucken. Gehen wir mal zu der Uhr. Passiert aber auch irgendwie nichts. Ach, was ist das für ein Scheiß. Ah! Aha! Die Kugel ist in dem Rohr. Ich dachte, die rollt hier unten lang. Okay. Die hier ist in das Rohr. Da muss wohl die Kugel hoch. Dieser komische Brenner scheint kaputt zu sein. Der hat wohl mal das Rohr da drüber erhitzt. Ob man den irgendwie ersetzen kann? Mir fällt jetzt was ein. Das kann ich ihr nicht antun. Die geht nicht in das Rohr. Okay. Wo ist der Anselm? Weil das ist ja wegen Feuer. Kommt der bestimmt hier hin. Das könnte funktionieren. Funktionieren. Ah, da läuft unser kleiner Kerl los. Und fluppdiwupp ist die Kugel im Segelboot. Na, ich musste gerade mal ihm hetzen. Bei mir hat es an der Tür geklingelt. Und ich dachte, lass den mal laufen. Sehr geil. Und das ist jetzt wieder eigentlich logisch. Weil sie dient ja auch als Luft. Dann schicken wir die Maus da hoch. Uh, mit dem Boxhandschuh um die Ecke rum. Komm zurück, kleine Maus. Ah, zurück läuft sie direkt da. Weißt du, wenn wir jetzt nochmal an der Uhr drehen. Erschrecken wir mal den. Sehr geil. Ich hab gedacht, das müssen wir jetzt öfter machen. Ah, Greta ist am Fluchen. Das war also alles richtig. MacCullum. MacCullum. Oh je. Na dann mal auf zum Ritualplatz. Okay. Auf zum Ritualplatz. Bartholomeus ist weg. Nein, auf keinen Fall. Nachdem Blumenfort und ich den Außergefechten... Stadtrand. Und ab zum Hühengrab. Gut, dass du endlich da bist. Sie wird immer verrückter. Die flippt völligs aus. Lass uns beginnen. Hast du alles? Ja. Das Schwert, den Schlüssel und die vier Elemente in reiner Form. Ja. Ich habe alles. Gut. Dann los. Betrete den Kreistal, Oriel. So, das dicke Ritual. Ich habe das an, was ich los bin, Sende. Mach schon. Oder lässt du dir von diesem Wicht Befehlne geben? Nun füge die geweihte Erde in die Schale vor dem heiligen Stein. Und binde damit Grettas Körper. Die Erde. Erde. Wo ist die Erde? War die Musik ganz bedrohlich? Die Erde kam, glaube ich, hier rein, ne? Ah, der Exorzismus klappt. Wir müssen uns verkümmern und dann um dich. Du wirst mir nicht entkommen. Ich werde dich finden, wenn ich die sieben Körnchen Materie einseil ausreißen. Nun binde Grettas Gefühle mit dem heiligen Wasser. Du kannst mich nicht aufhalten. Ich werde dich und diese ganze Ede der Existenz zerstören. Bindige nun ihren Willen. Mit dem Feuer. Oh je. Mit dem Feuer. Das war der Anseln. Da ist er. Nummer drei. Die Maus ab zum Blasrohr. Die pustet jetzt wie wild. Das müsste es eigentlich gewesen sein. Bis auch mit dem Schwert noch. Da ist er angekettet an ihr, der Dämon. Noch mal schnell die Bedienungsanleitung gelesen. Ja. Was ist denn, wenn wir den da hinhauen? Hier muss ich es auf jeden Fall durchtrennen. Aber ich denke, das ist ein guter Zeitpunkt. Auch wenn wir ein bisschen früher als sonst sind. Etliche Teile sind ja auch viel, viel länger. Aber ich denke mal, das führt jetzt ziemlich zum Ende. Und wir haben auch noch den Nachspann und andere Dinge. Ein bisschen was wir vielleicht zu dem Spiel loswerden wollen. Ich werde auf jeden Fall erst im nächsten Part diese Verbindung zwischen Greta und dem Dämon durchschlagen und den Exorzismus halt vollenden. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. So long, euer Agent Peanut. Und wir sehen uns im nächsten Mal. Vielen Dank.